Ich wollte aber jetzt mal einen Baum füllen, weil ich es kann. Was kriege ich? Pflanzenfasern und Holz. Wachsen die Bäume nach oder... Ich habe jetzt keinen Samen. Kann ich die Piste übersehen? Wo kommt die denn her? Alte Handschuhe. Kann ich die anziehen? Da? Alte Handschuhe. Handschuhe, die schon einiges erlebt haben, aber immer noch etwas Schaden anrichten können. Angriff 5. Ach, ist das einfach nur so, es war vorne? Alter. Nicht schlecht. So, Montagestation. Ich habe vergessen, was ich bauen muss. Steinofen. Unter Steinofen nachsehen. Steinofen. Können wir das schon machen? Jetzt gucken wir mal. Nimm das benötigte Teil in die Hand. Ziele auf die Silhouette deines Baupultes und drücke dann die linke Maustaste oder... um den Gegenstand zu montieren. Das Pult der Montagestation kann dazu genutzt werden, sich dir vorläufig Materialien anzusehen oder den Bau abzubrechen. Kannst dem Bauprojekt Teile hinzufügen oder Teile von ihm entfernen, indem du dich in die Nähe der Silhouette stellst und die rechte Maustaste drückst. Nachdem du alle Teile zusammengefügt hast, drücke E um den Gegenstand an dich zu nehmen. Okay. Ah! Achso! So! Ein Stein... Steinhocker. Kann ich den irgendwo machen? Steinhocker. Fehlt mir noch ein Stein. Ein Stein! Mir fehlt ein Stein! Oh, war der schlecht. Hier war noch ein Stein. Achso. Gut zu wissen. Marmor. Marmor, Stein und Eisen bricht. Aber unsere Spitzsacke nicht. So. So. Auswählen. So. Boing. E. Huch. Stell ich das dicke Ding dann jetzt mal hin? Okay. Okay. So. 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 Kann ich jetzt eigentlich einfach dieses Loch da stupfen? Ja, bitte. Wunderschön. Ja. Perfekt. Wir haben noch genug Holz. 20? Nein, haben wir nicht. Dafür brauchen wir 10, das haben wir noch. So. 20. Hm. Ähm. Ich geh mal schlafen. Ja. Wir arbeiten dran. Ja. Ich geh mal schlafen. Ich geh mal schlafen. Ja. 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 Ich geh mal schlafen. Wo wollen die denn alle hin? Ist da gerade ein Schweinring? Ich frag lieber nicht. Was ist Higgins? Hä, wir haben doch schon acht. Higgins, Antron. Und wo ist Elvis? Oh Gott. Geh weg. Ich liebe das an solchen Spielen, wenn die Leute nie da sind, wenn man sie braucht. Also. Wo ist denn Elvis? Aber viele Leute gibt's hier. Was? Was ist das? Ein Bär? Papa Bär. Ähm. Nur ein bisschen gruselig. Ich habe ihn dabei. Geh auf. Wie lange geht denn das? Ha, ein Apfel. Okay. Huch, das war die Faschliste. Ich wollte eigentlich ins Inventar. Mal gucken, was stellt wieder her. Fünf Ausdauer, das ist aber auch nicht gerade vier. Alles kostet Ausdauer. Oder eben diese SP. Man kennt's. Ich kann auch nur am Tag bestimmte Dinge aufheben. Danach nix mehr. Oh, ich hab Lust. Vom Rathaus. Hallo, neue Handwerker. Wir möchten dich daran erinnern, dass es in Portia zur Zeit zwei autorisierte Ruinen gibt. Zwei autorisierte Ruinen gibt, in die du tauchen kannst. Die verlassene Ruine 1 unter der Kirche des Lichts und eine gefahrvolle Ruine im zerfallenen Ödland, östlich der Stadt. Zu deiner eigenen Sicherheit sind alle anderen Ruinen zur Zeit nicht zugänglich. Danke, Rathaus von Portia. Moment, tauchen? Wenn die du tauchen kannst. Also wir können tauchen, können aber nicht schwimmen. Ja. Natürlich. Ist Elvis jetzt da? Ach, endlich. Ja, bleibst du stehen. Na, wahl muss sein gemacht. Hä? Ach Gott. This is your Builderlicense. Congratulations. Yay. So. Now you just need to take this license over to the mayor's office and get your workshop registered. After which you can start taking regular commissions. Lizenz zum Büro des Bürgermeisters bringen, deine Werkstatt registrieren lassen und noch kannst du reguläre Aufträge annehmen. Büro des Bürgermeisters. Büro des Bürgermeisters. Büro des Bürgermeisters. Volle Karte. Büro des Bürgermeisters. Büro des Bürgermeisters. Büro des Bürgermeister.